Blablabla, blablablabla. Darf ich eigentlich auf Gehwegenradweg... Nochmal? Darf ich eigentlich auf Gehwegen fahren? Nein, er darf bei Rot nicht abbiegen. Auf Fahrradfahrer müssen die Ampelschaltung beachten. Ampelschaltung beachten. Schaltung weg an eine Schaltung. Motor, Gangschaltung. Auch Fahrradfahrer müssen Gangschaltung beachten. Kann sein, oder? Darf der mich so überholen? Nein, das war zu knapp. Kraftfahrzeuge müssen... Komm mal ab, du Fenner! Scheiße! Scheiße! Bitte achtet insbesondere beim Aussteigen auf Gehwagenradweg. Das war's! Bis zum nächsten Mal. Im Petrim. Der Gerät vom Gehwagenradweg. Der Gerät vom Gehwagenradweg. Erzähl ich so auf die Schaltung. Der Gerät vom Gehwagenradweg.